Heute ging es für uns zum guten alten Hermann, zum Hermannsdenkmal nahe Detmold. Eines der schönsten Spots, wie ich finde, in OWL. Die Aussicht von dort oben ist definitiv grandios, wenn man gute Sichtverhältnisse hat. Die Fahrt da innen macht auch sehr viel Spaß. Schaut einfach mal auch auf der Internetseite vorbei. Da gibt es einen Punkt, den finde ich ziemlich interessant und zwar Wissenswertes. Da kann man sich nochmal das ganze Geschichtliche auch zu dem Thema zum Hermann durchlesen. Dann holen wir jetzt erstmal den Hubertus ab, dann fahren wir zu Tom und dann geht es zum guten alten Hermann. Festes Wetter heute. War ja erst Regen vorgesagt. Ah, ich freue mich immer, wenn die Kits das geil finden. Oder wollt ihr jetzt den Wheatley sehen? Hab ich natürlich enttäuscht, aber grundsätzlich haben die da noch einen Mocken drauf. Wir fahren jetzt erstmal nach Binzebeck, ne? Jo. Ich fühl mich auch. Ja. Das hat aber gewackelt, du. Jo, da ist er. Na, Junge, alles gut? Alles gut. Ja, los. Willst du auch noch vorfahren, dann hab ich euch drauf. Ja, auch. Ja. Ist das geil, ey. Ist das geil, ey. Und? Aa, soижу, das Ganze. Ja man, so macht das richtig Bock, ab drei Leute, ist das schon ein richtig geiles Gefühl. Gerade wenn man dann so mit 10 Leuten fährt oder so, das ist dann schon richtig geiles. So, ich glaube, es geht um so, das ist ja so, das ist ja so, das ist ja so, das ist ja so. Musik Naja, wir haben hier so ein bisschen den Feierabendverkehr erwischt auf jeden Fall Ah mein Gott Das soll uns nicht aufhalten Ja, es entwickelt sich dadurch noch so was oben, wir da weg Aber wir haben hier so ein bisschen den Aufwand Malen das sieht aber ganz schön geil aus hier so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020